Herzlich Willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung und heute mit dem Impuls der Woche. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute ist ein besonderer Tag für mich und deswegen drehe ich heute diese Bonusfolge. Ich bin auch ehrlicherweise ziemlich aufgeregt, denn heute erscheint mein Buch Die Illusion der Kontrolle. Wenn du jetzt auf Amazon gehst und Die Illusion der Kontrolle eingibst, müsstest du mein Buch finden. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Ja, es war ein wilder Ritt. Ich habe im Januar begonnen, dieses Buch zu schreiben. Die Idee des Buches trage ich schon seit mehreren Jahren mit mir herum und letztes Jahr im September habe ich dann in einem Workshop begonnen, das Buch zu strukturieren. Ich habe mir auch Unterstützung geholt. An dieser Stelle auch vielen lieben Dank an Ulrike Luckmann. Sie ist Autorencoach. Den Link zu ihr packe ich in die Shownotes. Sie hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Und wenn du auch gerade dabei bist oder die Idee hast, ein Buch zu schreiben, kann ich dir wirklich nur empfehlen, dir jemanden zu holen, der dich dabei unterstützt. Mir jedenfalls hat es sehr, sehr geholfen. Ulrike war nicht die einzige Person, die mich auf dem Weg begleitet hat. An dieser Stelle auch vielen lieben Dank an Lars Vollmer. Der eine oder andere von euch kennt ihn sicherlich. Auch ein bekannter Autor und Gründer von Intrinsify. Er hat mich unterstützt, Tipps und Tricks verraten, wie man so ein Projekt angeht. Und vor allen Dingen hat er netterweise das Vorwort geschrieben, was mich wirklich sehr, sehr freut an dieser Stelle. Deswegen vielen Dank, lieber Lars, für deine Hilfe. Ansonsten ist dieses Buch ein sehr, sehr persönliches Projekt. Ich habe es meinem Großvater gewidmet. Das Buch beginnt auch mit einem Leitspruch, den mir mein Großvater mit auf den Weg gegeben hat. Non scole sed vite discimus, hat er mir immer gesagt, schon als kleiner Stöpsel. Übersetzt heißt es, wir lernen nicht für die Schule, sondern für das Leben. Und bevor ich überhaupt richtig reden konnte, konnte ich diesen lateinischen Spruch aufsagen und er begleitet mich bis heute und hat mein Leben wirklich sehr, sehr geprägt. Mein Großvater war ein Riesenvorbild für mich. Er ist der einzige Mensch, den ich kenne, der mit 80 auch tatsächlich an Smartphones gewöhnt war oder sich zumindest damit beschäftigt hat. Er ist der einzige Mensch, den ich kenne, der sich die Mühe gemacht hat, von Microsoft Word oder Excel die Handbücher zu lesen. Also er hat sich da wirklich reingefuchst. Wir haben E-Mails miteinander geschrieben. Er war also seiner Zeit, finde ich, wirklich voraus und hat lebenslanges Lernen zu seinem Motiv gemacht. Und so ist dieses Buch entstanden. Es ist für ihn gewidmet. Ich bin mir sehr sicher, dass er sehr stolz auf mich wäre und ich bin jedenfalls stolz auf mich. Das ist ja auch ganz wichtig. Und so erfülle ich mir mit diesem Buch einen Traum. Nicht zuletzt, weil ich auch im November oder Ende November besser gesagt auch dieses Buch als Hörbuch aufnehmen werde. Ich bin riesen Hörbuch-Fan und wollte unbedingt mein eigenes Hörbuch haben, es auch selber einsprechen. Und heute darf ich mich das erste Mal darin üben. Ich möchte nämlich dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, die Einleitung meines Buches heute vorlesen. In der Hoffnung, dass es dich neugierig macht und du Interesse daran bekommst, dieses Buch auch wirklich zu lesen. Wenn du bis zum Schluss dran bleibst, erfährst du auch noch, wie du etwas gewinnen kannst. Aber genug geredet, beginnen wir mit der Illusion der Kontrolle. Ein sehr entscheidender Zeitpunkt im Leben eines Jugendlichen ist der, in dem er realisiert, dass die eigenen Eltern fehlbar sind. Das bis dahin aufrechterhaltende, glasklare Bild der allwissenden, perfekten, fürsorglichen, starken, immer verfügbaren Eltern verwischt. Es ist eine dieser sehr tief verankerten Vorstellungen von der Welt, die sich irgendwann als Illusion herausstellen. Mit 17 erlebte ich diese wortwörtliche Enttäuschung, als klar wurde, dass sich meine Eltern scheiden lassen werden. Meine Welt stand Kopf. Die folgenden ein bis zwei Jahre habe ich gebraucht, um mich wieder neu in der Welt zu orientieren. Auch wenn die Erfahrung schmerzhaft war und es sicherlich nicht immer gleich eine Scheidung der Eltern sein muss, um eine persönliche Entwicklung in Gang zu setzen, so war sie für mich rückblickend extrem wertvoll. Mich von meinen Eltern abzugrenzen, um mir selbst überhaupt eine reale Chance geben zu können, mich mit der eigenen Individualität auseinanderzusetzen, war für mich ein essentieller Schritt in Richtung selbstbestimmtes Leben. Eine ganz ähnliche Desillusionierung erlebte ich auch in meinem Berufsleben. Hier war es kein einzelnes, sondern eher die Summe vieler kleinerer Erlebnisse, die mein Weltbild ins Wanken brachten. Ich zumindest habe lange Zeit und tue es in Teilen immer noch zu Menschen mit mehr Lebenserfahrung aufgeschaut. Als Kind waren es die unfählbaren Eltern, in der Grundschule die großen Gymnasiasten, auf dem Gymnasium die erwachsenen Abiturienten, als Abiturient die intelligenten Studenten und schließlich als Student die erwachsenen Berufstätigen in der Wirtschaft. Sie schienen jeweils so weit weg, so viel besser, so viel gebildeter, so viel fähiger als ich. In der Wirtschaft, so glaubte ich, spiele die Elite. Was die alles können? Mir war ganz klar. Ausnahmslos Vollprofis. Wie sehr ich mich geirrt hatte. Nach Abschluss meines Bachelorstudiums in Physik zog es mich erstmal in die richtige Arbeitswelt. Ich wollte kein Ferienjobber, keine Aushilfskraft, kein Tutor mehr sein, sondern endlich mal die richtige Arbeitswelt erleben. Zu den Profis eben. Abgesehen davon, was macht man denn eigentlich mit einem Physikstudium? Was kann ich denn? Im Studium habe ich gelernt, griechische Buchstaben von links nach rechts zu schieben. Das war jedenfalls nicht meine Leidenschaft. So viel stand fest. Und selbst wenn? Wem nützt das? Schließlich bewahre ich mich auf Vollzeitpraktika. Raus aus dem Kopf, ab in die echte Welt. Und so begann mein Abenteuer im Oktober 2014. Utopie Die erste Hürde bestand schon darin, erstmal den Mut zu fassen, mich bei einer echten Firma zu bewerben. Die Anforderungen selbst an einen Praktikanten schienen so utopisch, dass ich mehr als einmal den Gedanken fasste, es gar nicht erst zu versuchen. Zeitverschwendung. Die Sagen Ehe abflüsterte mir der kleine Teufel auf meiner Schulter vor. Meint ihr das echt ernst? Wer bitte soll denn diese Anforderungen genügen? Und welcher Student kann das leisten? Wenn das die Anforderungen waren und Unternehmen tatsächlich Studenten fanden, die das alles erfüllen können, blieb nur eine Konsequenz. Ich war falsch und nicht gut genug. Wie sehr ich mich geirrt hatte. Mir hat das leider niemand erzählt. Deshalb schreibe ich dir es jetzt. Acht Bewerbungen später, darunter auch die großen Fische wie BMW, Porsche, Allianz, aber auch kleinere spezialisierte Beratungshäuser, auf die ich durch ein Physikmagazin aufmerksam geworden bin, wurde ich zu zwei Forschungsgesprächen eingeladen. Absagen der anderen Firmen habe ich teilweise bis heute nicht erhalten. Und dann kam der Tag der Tage. Mein erstes Interview. Verdammt war ich aufgeregt. Insgeheim war diese Firma auch mein Favorit. Ich wollte dort mein Praktikum machen. Letztendlich erhielt ich ein Angebot und sagte auch zu. Bingo. Was mich dann erwartete, war Irrsinn. Realer Irrsinn. Nun war es also endlich soweit. Ich bin der Champions League angekommen. Bei den Vollprofis. Zuschauen und lernen heißt die Devise. Und gut vorbereitet, wie es Profis nun mal sind, gibt es auch direkt einen Projekteinsatz für mich. Ein kleines Projekt mit meinem Chef zusammen, der mich auch interviewt hatte. Großartig. Einen Tag später fand ich mich auch schon im ersten Meeting mit dem Kunden wieder. Zwei von denen, mein Chef und ich. Ich schweige und beobachte. Ich bin aufgeregt. Was erwartet mich? Wie läuft so ein Termin ab? Wir beginnen mit einer kurzen Vorstellung. Es geht drei um und ich sei der neue Kollege in der Abteilung. Der Kunde beginnt mit einer Präsentation und skizziert das Projekt. Ziel, Ablauf, Umfang und so weiter. Top strukturiert. Die Folien sind voll von kryptischen Abkürzungen. PT, FTE, MKS, AP, SP. Ich verstehe kein Wort. Mein Chef scheint alles unter Kontrolle zu haben. Er stellt viele Rückfragen. Scheint alles zu verstehen. Er nickt. Na Gott sei Dank, denke ich mir. Das wird interessant. Das Meeting neigt sich dem Ende. Wir wollten gerade aufstehen, als mein Chef nochmal das Wort erhebt. Perfekt. Vielen Dank für die Vorstellung. David, er zeigt dabei auf mich, ist ein Experte auf dem Gebiet XY. Meine Gesichtszüge drohen zu entgleisen, doch ich lächle und nicke. Lächeln und nicken. Ähm, wie bitte? Frage ich entgeistert, als wir wieder unter uns waren. Ach, mach dir keinen Kopf. Solange du mehr weißt als der Kunde, bist du der Experte. Du arbeitest dich ein und dann ist das gar kein Problem. Du schaffst das schon. Die nächsten Wochen waren intensiv. Ich habe alles in mich aufgesogen, was ich nur konnte. Ich wollte nicht auffliegen. Was, wenn der Kunde herausfindet, dass ich keine Ahnung habe? Also wirklich gar keine? Stück für Stück habe ich kleinere Aufgaben übernommen, die ich auch in regelmäßigen Abstimmungsterminen präsentieren durfte. Und als wäre das nicht genug gewesen, hat mein Chef nach ein paar Wochen tatsächlich begonnen, mich alleine in die Meetings zu schicken. Und ehe ich mich versehen konnte, war ich der alleinige Ansprechpartner und verantwortlich für das Projekt. Ich war ja schließlich Experte. Doch das sollte nicht das einzige Erlebnis bleiben, in dem ich dem realen Irrsinn der Wirtschaft ausgesetzt war. Um es an der Stelle abzukürzen, bis heute habe ich ausnahmslos in jedem Unternehmen, in dem ich tätig war, Sätze gehört wie mich wundert, dass hier überhaupt irgendwas funktioniert, ein Wunder, dass hier noch Autos vom Band rollen oder das darf man keinem erzählen, was wir hier gemacht haben. Hätte ich diese Erfahrung nur einmal gemacht, hätte ich es vermutlich als Ausnahme abgestempelt. Aber bis heute kann ich die gleichen Muster scheinbar unabhängig voneinander in unterschiedlichen Unternehmen immer und immer wieder wahrnehmen. Du wirst vermutlich die gleichen Erfahrungen machen. Wie kann das sein? War meine Annahme falsch, dass in der Wirtschaft nur Vollprofis unterwegs sind? Zugegebenermaßen vielleicht nicht nur, aber die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, sind Vollprofis. Und darüber hinaus nett, empathisch, kompetent, diskutierfreudig, streitbar, leistungsbereit und engagiert. Also woran liegt es, dass von außen betrachtet so viel Irrsinn in Organisationen herrscht, obwohl so viele kompetente Menschen ihr Bestes geben? Warum kann fast jeder den Irrsinn sehen und benennen, aber ihn nicht abschaffen? Das liegt daran, dass Unternehmen nicht das sind, für was wir sie halten. Hartnäckig halten sich Missverständnisse und Mythen in unseren Köpfen, besonders die Illusion der Kontrolle. Die Desillusionierung vieler tief verankerter Vorstellungen, was Unternehmen sind und warum sie existieren, darum geht es in diesem Buch. Es geht also auch um das Ende einer Täuschung. Um eine Enttäuschung. In den 40er und 50er Jahren gab es vermehrt Fernsehwerbung, in der Ärzte in ihrem Büro geraucht haben. Eine Werbung zeigt, dass laut einer Umfrage mehr Ärzte Kammel rauchen als irgendeine andere Marke. Es scheint also so, als könnten Überzeugungen eine ganze Gesellschaft fehlleiten. Gleiches gilt für Unternehmen. Es gibt dort viel zu erkennen. Wie in einem Fixierbild ist das Versteckte deutlich und unsichtbar zugleich. Deutlich für den, der gefunden hat, wonach er zu suchen geglaubt hat und sichtbar für den, der gar nicht weiß, dass es etwas zu suchen gilt. Ich war so jemand. Ich wusste nicht einmal, dass es etwas über Unternehmen zu verstehen gibt. Mit den Inhalten, die ich dir in diesem Buch vermitteln werde, begann ich das zu sehen, was vorher verborgen war. Und nur weil viele Menschen weiterhin nicht mal wissen, dass sie blind in Unternehmen unterwegs sind, macht das die Auswirkung nicht weniger problematisch. Mit diesem Buch verfolge ich zwei Absichten. Erstens steht für mich außer Frage, dass unsere Wirtschaft in den kommenden Jahren voraussichtlich genauso rasanten Veränderungen unterworfen sein wird, wie sie bereits in den letzten zehn Jahren begonnen haben. Besonders die digitale Wertschöpfung, also das Erzeugen von Wert durch digitale Technologien, hält Unternehmen in Atem. Doch wer, wenn nicht die aufstrebende junge Generation potenzieller neuer Führungskräfte, sollte lernen, mit diesem Wandel umzugehen? Dieses Buch hat den Anspruch, die Selbstverständlichkeit mit der angehenden Führungskräfte Organisationen betrachten, neu zu definieren. Wie der Organisationsberater und Autor Klaus Einschink treffend bemerkte, Wer erkennt, dass er nicht sieht, was er bisher nicht gesehen hat, beginnt sich zu verändern. Die Fähigkeit, ein hoch differenziertes Bild der Möglichkeiten zu bieten, ist eine Grundvoraussetzung für effektiven Wandel von Organisationen. Dafür braucht es Theorie. Aus der praktischen und anwendungsorientierten Übersetzungsleistung der Theorie für junge Talente bezieht dieses Buch seine Relevanz. Im Ergebnis erhältst du ein grundlegendes Verständnis darüber, wie Organisationen funktionieren. Zweitens bin ich der Meinung, dass wir weder eine Finanzkrise noch eine Wirtschaftskrise durchleben, sondern eine Komplexitätskrise. Unter Komplexität verstehen wir zunächst einmal eine Systemeigenschaft. Komplexe Systeme sind dadurch charakterisiert, dass sie sich nicht vollständig analysieren und verstehen lassen und daher unvorhersehbar und unkontrollierbar sind. Meine aufgestellte These füllt sicherlich ein eigenes Buch und bleibt hier unbelegt. Den Vormarsch der rechtsorientierten Politik mit ihren einfachen Antworten auf eben jene Komplexität interpretiere ich allerdings gerne als eine Bestätigung. Ich möchte mit diesem Buch einen Kontrapunkt setzen, in dem ich mich für mehr Sprachhygiene einsetze. Komplexität gedeiht auf dem nahehaften Boden von unauflöslichen Widersprüchen, wie zum Beispiel Selbst- und Fremdbezogenheit, Privat- und Öffentliches, Individuum und Gruppe oder Vertrauen und Kontrolle. Hier braucht es unbedingt präzise sprachliche Unterscheidung. Kann man beide Seiten dieser Polaritäten nicht voneinander unterscheiden und damit auch nicht die Bedürfnisse beider Seiten verstehen, so ist es ein leichtes, den moralisch aufgeladenen Halsversprechen der Ideologien-Prediger zu verfallen. Deswegen ist Sprachhygiene wichtiger denn je und noch nie haben wir gesellschaftlich so wenig Wert darauf gelegt. Dieses Buch liefert dir das passende Rüstzeug, um durch den immer komplexer werdenden Dschungel in Wirtschaftsunternehmen navigieren zu können. Dabei nehme ich eine wissenschaftliche Perspektive ein, ohne jedoch den Anspruch auf einen wissenschaftlichen Text zu erheben und distanziere mich stark von einer reduktionistischen Sichtweise. Ich verweise auf viele Autoren und deren Bücher, die mich in den letzten Jahren stark geprägt haben. Die Begriffe Unternehmen und Organisation verwende ich synonym. Meistens wird ersteres mit Wirtschaftsunternehmen gleichgesetzt, wobei sich letzteres umgangssprachlich auf jegliche Form des organisierten Zusammenarbeitens bezieht. Das beinhaltet dann auch Vereine, NGOs, Bildungseinrichtungen etc., die keine monetären Gewinnabsichten verfolgen. Fachtermini wie Komplexität, die erklärungsbedürftig sind, werden im Glossar definiert. Und ja, ich verlange dir, lieber Leser und liebe Leserin, durchaus etwas ab. Aber keine Sorge, das ist nicht nur eine dieser langweiligen Ratgeber, die dir ein festes Rezept für den Erfolg aufdrängen wollen. Stattdessen erwartet dich ein lebendiges, spannendes Werk voller Erkenntnisse. Kein festgelegter Pfad, kein heiliger Gral, sondern ein buntes Mosaik an Möglichkeiten, aus dem du dir das herausnehmen kannst, was für dich passt. Die Entscheidung, welche Lehren du daraus ziehst oder auch nicht, liegt ganz bei dir. Auf dich warten drei Teile mit insgesamt sechs Kapiteln, die dich herausfordern und inspirieren werden. Im ersten Teil, Ein neuer Blick, Unternehmen verstehen, lege ich die theoretischen Grundlagen des Buches mit der Absicht, das bisher Unsichtbare sichtbar zu machen. Kapitel 1, Unternehmen sind keine Maschinen und Kapitel 2, Unternehmen bestehen nicht aus Menschen, beschäftigen sich mit dem traditionellen Verständnis von Unternehmen und zeigen auf, warum sich dieses Verständnis bis heute, in Teilen sogar richtiger Weise, einer enormen Beliebtheit erfreut. In Kapitel 3, Ein Missverständnis der Evolution, lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster. Ich präsentiere dir einen Gedanken, der mein Verständnis über die Evolution verändert und für mich eine neue Welt eröffnet hat. Zugegebenermaßen habe ich dafür bis heute leider keine stichhaltigen Beweise, aber eben auch keine überzeugenden Gegenargumente gefunden. Die Vielfalt an logischen Konsequenzen, die sich daraus ergeben und auf Unternehmen übertragen lassen, hat mich überzeugt. Um jeglichen Missverständnissen direkt entgegenzuwirken, ich stelle in keiner Weise die Evolutionstheorie infrage. Im Gegenteil. Mit meiner wissenschaftlichen Ausbildung bewundere ich die Schönheit und Stringenz dieser Theorie. Evolution ist ein Fakt, darauf baue ich auf. Kapitel 4, Transformation geht anders, erweitert das bisher aufgebaute Theoriegebäude um ein solides Verständnis von Komplexität. Ich habe in der Praxis kaum ein Thema gefunden, das so missverstanden wird und daher immer weiter als Schreckgespenst sein Unwesen in Unternehmen treibt. Die Formvollendung dessen gipfelt in den diversen Transformationsvorhaben vieler Unternehmen. Dieses Kapitel zeigt einen alternativen, wissenschaftlich fundierten Ansatz im Umgang mit Transformation und dem Speziellen mit Komplexität auf. Der zweite Teil, Aufklärung der größten Missverständnisse, zeigt schließlich unverblümt, provokant und präzise die Konsequenzen für Unternehmen auf, wenn man die wissenschaftlich theoretisch fundierten Erkenntnisse aus Teil 1 ernst nimmt. Kapitel 5, Sei nicht naiv, räumt daher mit den neun größten Missverständnissen der modernen Arbeitswelt auf. Im dritten Teil, Regulieren statt Lösen, mache ich auf einen weiteren Aspekt in Unternehmen aufmerksam, dem meist unzureichend Beachtung geschenkt wird. Der Umgang mit Ambivalenz, also das Aushalten von gleichzeitig existierenden, sich widersprechenden Zwängen. So sehr wir uns die Eindeutigkeit auch wünschen, können wir die steigende Mehrdeutigkeit unserer Welt nicht ignorieren, zumindest nicht ohne einen Preis dafür zu zahlen. Die Fähigkeiten der Zukunft sind Ambiguitätstoleranz und Regulationskompetenz. Darum geht es in Kapitel 6, Wenn sich zwei streiten, freut sich die Mitte. Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass ich in diesem Buch auf gendergerechte Sprache verzichte. Das geschieht nicht aus mangelndem Respekt gegenüber den Geschlechtern, sondern aus Gründen der Leserfreundlichkeit und Klarheit. Alle verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Ich hoffe, dass der Inhalt dieses Buches unabhängig von der sprachlichen Form wertvoll und inspirierend für dich ist. Jetzt wünsche ich dir, liebe Leserin, lieber Leser, viele bereichernde Erkenntnisse. Ja, so viel zur Einleitung des Buches. Ich hoffe, es hat dir gefallen und macht Lust auf mehr. Dementsprechend möchte ich dir auch ein kleines Angebot machen. Heute erscheint das Buch. Je mehr Leute heute das Buch kaufen und auch in den kommenden Tagen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch in Amazon auf dem Bestsellerrang lande. Und das ist natürlich, das gebe ich zu, auch mein Ziel. Deswegen, wenn du jetzt auf Amazon gehst und dieses Buch kaufst und mir dann in den nächsten Tagen oder Wochen, nachdem du das Buch gelesen hast, eine Rezension auf Amazon hinterlässt und irgendwie diesen Podcast hier erwähnst, Hashtag Podcast, sodass ich dich natürlich auch identifizieren kann, dann hast du die Chance, zweimal eine Stunde kollegiale Fallberatung mit Martin und mir zu gewinnen. Ich freue mich auf viele Leser und Leserinnen. Ich freue mich auf viele Rezensionen. Ich freue mich auf E-Mails und Einschreibungen, ob das Buch mit euch resoniert oder ob ihr eine ganz andere Meinung habt und auf zahlreiche Diskussionen. Jetzt erstmal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du ein treuer Zuhörer und Zuhörerin dieses Podcasts bist. Ich wünsche dir alles Gute, eine schöne Woche und bis bald. Dein David. is Bis zum nächsten Mal.